Ganz ein wichtiger Punkt, du selber bist dein grösster Freund beim Aktienanliegen. Und zwar, weil du ein Mensch bist. Und Menschen sind von Gefühlen gesteuert. Und Gefühle sind dann gut, wenn eine Firma gut in der Zeitung aussieht. Respektiv, wenn du Gutes von deinen Freunden gehörst. Das sind aber auch die Firmen, die alle anderen gut finden. Und das sind tendenziell die teureren Firmen. Aus diesem Sinne lohnt es sich eigentlich, dich nicht so leiten zu lassen von der Reputation und vom Eindruck von dieser Firma, die du hast. Sondern mehr leiten zu lassen, einerseits von grundsätzlichen Überlegungen von der Diversifikation, dass du überall dabei sein willst. Aber, und da kommt jetzt Obermatt ins Spiel, man kann auch einfach nur die Finanzfakten analysieren. Und ich sage, ich lasse mich bis zu einem gewissen Grad nur von den Finanzfakten leiten. Weil da hat es keine Emotionen drin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018